Applaus 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 Oh, jetzt ist sogar eine riesigotasse wieder bewege. Oh nein, ich schüsse es. Wollte gerade sagen, wenn das so weiter geht... Das hier ein Lied, das geht garantiert in die Hose. Oh ja, ich sehe. Hast du das gleiche? Ja, hier. Das ist auch selten. Ist das schon gut? Also wir sehen jetzt auf der rechten Seite Norbert Braun und Winnie Unkel, Winnie... Unkel, Unkel oder Unkel, Unkel... Unkel mit Elf mit Elf... Ein bisschen kapatt. Wir versuchen zu dritt jetzt das Akkordeon zu bewegen. Wir hoffen damit noch heute Abend ins Guinness-Buch der Akkorde zu kommen. Auf der linken Seite wieder dieser Multi-Instrumentalist, Heinz Kessler, Heinz The Harp. Kessler eigentlich sonst, aber heute mit... Seinem Gürteltier. Applaus Ein giletisches Gürteltier, dass wenn man es am Bauch krabbelt, macht es Musik. Ich spiele zwei Akkorde auf diesem Instrument. Das ist sehr schwierig. Unwelche Fragen? Ich erkläre das Gerät nachher nochmal. Es dauert jetzt zu lange. Es ist äußerste Konzentration. Es kann sein, dass es mal schief geht. Aber ich mach das mit dem Risiko jetzt nicht mehr, weil das ja mich betrifft. Risikotaste? Gedrückt. Ich bin unheimlich traurig, ich bin echt deprimiert. Ich fühl mich so beschissen, so richtig und rasiert. Ich werf mich vor die Eisenbahn oder vor den Bus. Ich könnt mich auch vergiften, auf jeden Fall ist Schluss. Hey! Ich hab ihn jedes Mal so. Ja! Kumpel, Kumpel, Kumpel von Wunderbögelchen, von Frank Böder. Sie lieben mich dran! Yeah! Ja! Unser nächstes Stück heißt das Ende des Rock'n'Roll. Genau! Baby! Baby veel'll dus Knutthp! Baby da-la-la-la! Baby, es'll! Jo wo 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 wo! Ja moo klein Computersoption, es wird alles über dich zasfen! Yeah!!! All right. Yeah! Go! Woo!